In dem, äh, die Stormtroopers, da sind eigentlich Pinguine drin. Ach, deswegen treffen die dich. Ja, ja, weil, ähm, die haben halt keine Hände. Aber Handschuhe. Ja, aber das sind ja... Das sind Fake-Needs, die Handschuhe. Ladies and Gentlemen, welcome to Megaphone 95, Folge 55, Hinrundenrückblick, Teil 2. Boom-Chakalaka. Ich bin der Mo, der Wampendribbler, und ich begrüße euch im Jahr 2019. 2019, an meiner Sicht natürlich der Micha, der Schwerensky 8. Micha, kannst du es fassen, 2019 schon? Ja, ähm, läuft. Wenn es genauso erfolgreich wird, wie das Jahr 2018, dann kann es natürlich nur gut werden. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr da seid für den zweiten Teil der Rückrundrück-Schau. Wir werden hier in diesem Fall ein bisschen Liter auf Spiele eingehen, auf Form eingehen, auf Enttäuschungen eingehen, auf Spiele, die wir toll fanden, und noch ein bisschen mehr. Micha, was wäre eine Folge ohne deine Begrüßungsformel und dein Zitat? Ja, das wäre natürlich eine Scheiß-Folge. Und deswegen, ähm, ja, meine Begrüßungsfloskel heute. Alexa, sag Hallo auf Polnisch. Mal gucken, ob es funktioniert. Und, ähm, ja, mein Zitat des Tages ist... Wenn es funktioniert, schreibt uns mal eine E-Mail, ein Projekt wegen von podcast.giblet.com. Ähm, ja, genau. Und mein Zitat des Tages ist, hab ich gesagt, ich denke mir jedes Mal ein neues Zitat aus. Ja gut, das hab ich, aber... Ja. Und, ähm, wer es kennt, auch gerne kommentieren. Äh, ich bin, ich bin heute, wie letzte Folge, ich bin wieder gut drauf. Das kann nur Zufall sein, dass, wie letzte Folge, ich eine Woche später wieder gut drauf bin. Bevor wir eigentlich auf eigene einzelnen Spieler gehen wollen, gehen wir mal so ein bisschen kurz auf, ähm, Lutz Pfannenstiel ein, Micha. Ähm, der war jetzt jahrelang, ähm, bei TSG Hoffenheim, äh, Chef, Chef-Scout, internationaler Scout. Und hat in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr Einfluss gehabt, tatsächlich, auf die Spieler, die verpflichtet worden sind. Was rechnest du aus, was er für uns erreichen kann? Ja, das ist auf jeden Fall ein international bewanderter Mann. Er hat ja auf, ähm, allen sechs Kontinenten Fußball gespielt und hat deswegen Kontakte auf jedem Kontinent in verschiedenen Vereinen. Ja, was mir ein bisschen Sorgen macht, sag ich mal, ist, dass er in 20 Jahren bei 26 verschiedenen Fußballvereinen Fußball gespielt hat. Dementsprechend weiß ich nicht, wie lange er bei Fortuna bleibt. Er ist auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, ein Weltenbummler und, ähm, er hat auch schon alles erlebt. Vom Herzstillstand auf dem Spielfeld bis, ähm, im Knast gewesen wegen irgendwelchen, wo im Nachhinein klar war, dass er nichts gemacht hat. Er hat auf jeden Fall viel erlebt und, ähm, ja, hat auf jeden Fall auch viele Connections und seitdem er bei Fortuna, ähm, im Amt ist, hat Fortuna kein Spiel verloren. Ist alles seinen Verdienst, natürlich. Und, ähm, so kann's gerne weitergehen und, ähm, ich freu mich auf jeden Fall, ähm, dass Fortuna ihn an Land gezogen hat. Hinsichtlich die Frage, wo steigen wir ein? Steigen wir jetzt ein bei den Spielern, die, egal falls, oder steigen wir jetzt bei den Spielern ein, wo wir so ein bisschen enttäuscht sind? Erst Lob und dann Kritik. Und am Ende wieder ein bisschen Lob. Okay, dann machen wir das Folgendes. Wir haben, ähm, so einen Hinrunden-Award haben wir ins Skript geschrieben, aber eigentlich ist es so ein bisschen die Top-Seite der Spieler, so ein bisschen. Wir haben auch ein paar Spieler Überraschungen genannt, wo wir nicht erwartet haben, dass sie so geil waren. Fangen wir einfach mal an. Der beste Spieler der Saison für mich komplett, John Zimmer. Weil er hat sich gegenüber der Saison massiv gesteigert, war in jedem Spiel präsent. Du hast ihn auf dem Platz gemerkt, dass er da war. Er hat super geil nach vorne oder nach defensiv, nach hinten gearbeitet. Und ich wusste ja letzte Saison schon, dass er diese Offensivqualitäten hat, aber dass die Bundesliga-Niveau haben, mein Gott, hätte ich nicht mitgerechnet. Das war echt eine Überraschung. Und dann das Tor natürlich von ihm gegen Dortmund, das Traumtor, war natürlich dann das i-Tüpfelchen auf seine Hinrund-Saison. Das ist auf jeden Fall, ich war schon immer Zimmer-Fan, der hat zwar eher seine Qualitäten in der Offensive. Mein bester Spieler der Hinrunde war aber eher Nico Gießemann, weil es halt auch ein Dauerbrenner ist. Und er spielt halt, wenn er mal kein gutes Spiel hat, spielt er trotzdem gut. Nicht mehr überragend, aber trotzdem gut. Deswegen war auch von den Leistungsarten her, war das seine persönlich beste Saison. So viele Vorlagen und Laufwege hat er in seiner ganzen Karriere bis jetzt nicht gemacht. Und er ist auch, glaube ich, schon 26, 27, also sind nur noch ein paar Jahre auf hohem Niveau. Das waren so für uns beiden die besten Spieler, weil wir haben extra eine Award kreiert für Dodi Lokebakio, nämlich die beste Neuverpflichtung. Sodass wir ihn hier auch noch nur umderwinken können. Obwohl es falsch ist, weil es ja keine Verpflichtung, sondern nur eine Laie ist. Ja, aber für dieses Jahr, dass wir ihn haben, ich bezweifle, dass wenn er seine Leistung in der Hinrunde annähernd hält, dass er dann bei uns bleibt. Ich glaube, der Gitter bleibt dann bei Watford oder wechselt dann irgendwo hin für seine 20, 30 Millionen. Ich glaube, da hat in seinem Vertrag eine 10 Millionen Klausel drin. Die werden wir, glaube ich, auch nicht bezahlen können oder wollen. Ich glaube, da investiert man das Geld lieber dann in drei oder vier Spieler. Ja, genau. Aber er hat einfach natürlich einige Spiele dabei gehabt, wo du dachtest, verdammt, voll auf dem Flügel, für den man ihn eigentlich geholt hat. Da habe ich oft gedacht, verdammt, da ist der ziemlich schwach, tatsächlich ziemlich blass. Aber er versucht, in den Zweikampf hinzugehen. Er versucht, das Dribbling durchzusetzen. Das finde ich auch sehr gut. Das braucht der Fußball in Deutschland wieder ein bisschen mehr dribbelstarke, zweikampfstarke, offensive Spieler. Und ansonsten hat er halt gegen München, wenn nicht gegen wen, gezeigt, dass er es drauf hat. Ja, ich würde behaupten, Luke Bakio ist der beste Fußballspieler, den Fortuna aktuell im Kader hat. Aber ist ja auch klar, dass man so einen Spieler nicht selber kaufen kann, weil der einfach über Fortuna-Niveau ist. Und ich sage mal so, der könnte wahrscheinlich gut bei Freiburg, Schalke oder Frankfurt spielen. Du wirst lachen, Hoffenheim und Leipzig waren ja angeblich an dem dran, Anfang der Saison. Aber weil Fortuna halt aus irgendeinem Grund, beziehungsweise Robert Schäfer-Suth, Kontakte zu dem Manager von Watford hat, hat Watford halt den uns ausgeliehen. Ja, bei uns hatte der dann wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten, wirklich häufiger zu spielen. Weil ich glaube, bei den anderen wäre die Konkurrenz nochmal ein Stück größer. Ja, ich bin auf jeden Fall ein Fan von Luke Bakio, auch wenn er charakterlich manchmal ein bisschen schwierig ist, sage ich mal. Aber ich glaube, man ist als Fall noch selbst schuld, wenn man dann direkt nach einem Dreierpack von dem direkt T-Shirts bedrucken lässt mit seinem Face. Ist man meiner Meinung nach selbst schuld. Ein Spieler, der für mich auch die beste Neuverpflichtung ist, Matthias Zimmermann. Ich kenne ihn eigentlich noch aus der Gladbacher 2. oder Gladbacher 19. Und ich fand ihn damals immer fürchterlich und grausam und schlecht. Und er kann nur, ich dachte immer, also wusste eigentlich von ihm, er kann nur kämpfen und laufen. Aber er hat mich diese Saison so überzeugt, fußballerisch, das ist unglaublich. Weil ich habe ihn auch so mit einem Auge, weil ich ihn halt aus der Jugendarbeit her kenne, immer halt so ein bisschen frustriert. Weil ich wusste, der ist immer noch ein Kämpfer und nur Läufer. Und das hat er eigentlich überall wo bis jetzt mal gezeigt. Und jetzt bei Fortuna zeigt er plötzlich ein ganz anderes Gesicht. Kann sichere Pässe spielen. Hat Ahnung von Taktik. Lässt sich defensiv gut in die Räume fallen. Fängt Bälle ab. Und er kommt natürlich noch kämpfen und laufen. Das ist natürlich nie verkehrt. Der hat mich komplett überrascht. Ich hätte sogar gesagt, er ist einer der besten Spieler von uns, wenn er nicht defensiv ein, zwei Fehler gemacht hätte. Aber ich bin echt überrascht. Das ist für mich der Hammer, wie der die Saison spielt. Ja, für mich ist Matthias Zimmermann eigentlich die Überraschung der Saison. Also von wie gut er eigentlich spielt. Weil ich dachte mir, jetzt holt man für John Zimmer halt einen Backup-Spieler, der dann vielleicht ein bisschen Bundesliga-Erfahrung hat. Aber irgendwie finde ich das überragend, wie der spielt. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein Fan von ihm werde innerhalb von den paar Monaten in der Hinoa nur jetzt. Und ja, eine Aktion, die mir jetzt noch im Gedächtnis ist, weil es halt natürlich auch war jetzt erst das Spiel gegen Hannover vor kurzem noch. Wo Zimmermann kurz vor Schluss noch, als es noch 0-0 stand, die Grätsche auspackt. Dann hört man über Sky-Mikrofoner, Sendung ruft. Ja, Mann! Und sich dann in den Einwurf wirft, um den Konter zu unterbinden. So, dafür kriegt er dann natürlich die gelbe Karte wegen Unsportlichkeit. Natürlich wollten die dann schnell machen, weil Fortuna hinten komplett offen war. Wenn Zimmermann als Rechtsverteidiger auf der linken Verteidigerposition eine Grätsche macht, dann weißt du, dass natürlich sonst komplett alles leer ist. Und dann wirft er sich in den Einwurf, um den Konter zu unterbinden. Und das ist so diese Dreckigkeit, die Fortuna manchmal fehlt. Und in dem Moment habe ich es auf jeden Fall gefeiert. Und dann dieses Jammern, wie er sich für seine Grätsche gefreut hat und dann voller Euphorie in den Einwurf geworfen hat. Auf jeden Fall hat er Sympathiepunkte bei mir gewonnen mit dieser Aktion. Wie gesagt, ich bin hin und weg. Ich glaube, ich habe eine neue Liebe gefunden. Dann heiratet ihr den doch. Ich glaube, das ist mit seiner Freundin immer noch gut zusammen. Die begrüßt übrigens. Ich glaube, Frau. Ich glaube, der hat im Dezember sogar geheiratet. Da habe ich sogar geheiratet. Ich glaube, bei Fortuna heiraten alle momentan. Das ist ganz komisch. Ich war nicht eingeladen. Muss ich mal eine beleidigte WhatsApp schreiben, bin ich geheiratet. Wenn ich Zimmermann wäre, ich hätte dich auch nicht eingeladen. Dann plauderst du hier alles im Podcast aus. Das Problem ist ja, ich weiß ja einiges, aber ich plaudere ja nicht alles aus, weil wir halt ein Fortuna-Podcast sind und kein Gartbach-Podcast. Deswegen, warum soll ich dann gewisse Sachen ausplaudern? Wir sind doch nicht die Gala oder die Bild oder die Bunte oder wer auch immer. Deswegen versuchen wir uns ja eigentlich nur auf die harten Fakten zu konzentrieren. Aber die tun weh. Ja, du musst es ja wissen. Aber die Frage ist, welches Spieler uns enttäuscht oder warum sind wir enttäuscht von gewissen Spielern? Ich bin so ein bisschen enttäuscht über Davro Lovren. Anfang der Saison haben wir noch gesprochen über das Hype-Video von der Bundesliga UK, die Lovren als unseren Shootingstar präsentiert haben mit den geilen Toren und geilen Spielszenen, die er letztes Jahr in der zweiten Liga zwischendurch hatte. Ja, aber irgendwie kann er sich scheinbar nicht durchsetzen und er hat ein, zwei Einwechslungen gehabt, aber da war auch nicht wirklich was zu holen. Trotzdem Usami, Rahman, Karaman oft sehr, sehr schwache Leistungen hatten. Da würde ich halt eher die Enttäuschung an Funkel richten, sage ich mal, dass er ihn nicht aufstellt. Aber ist ja auch klar, wenn du Usami, Rahman und Karaman hast, dass Lovren dann, sage ich mal, vierte oder fünfte Wahl ist. Hast du noch Zimmer offensiv gestellt, dann hast du noch Rukubakyo, der auch beide Flügel bekleiden kann. Ja, genau, und für mich ist halt eher enttäuschend, dass Lovren so viel gespielt hat und nicht seine Leistung an sich. Da hast du natürlich recht. Jetzt ist natürlich, machen wir das gleiche Problem natürlich bei Marvin Dux, der irgendwie nicht gezeigt hat, dass er der Goalgetter der zweiten Liga ist, für den wir ihn geholt haben. Und klar, er spielt nicht, aber Anfang der Saison hat er gespielt, aber Anfang der Saison meiner Meinung nach haben wir noch nicht so dominante Phasen offensiv gehabt, wo wir mit Flanken über die Außen kommen oder lange Bälle, die halbhoch sind, die über die Außen kommen, seit er die gebrauchen könnte. Für mich ist das Szenario getauscht. Jetzt haben wir Hennings drin, der damit nichts anfangen kann. Anfang der Saison hätten wir einen Spieler gebraucht wie Hennings, der sich zurückfallen lässt und den Ball ein Stück weiter nach vorne trägt, der auch mit seinem Körper ein bisschen robuster ist als Marvin Dux. Jetzt haben wir Hennings vorne drin, der kann den Ball aber körperlich von der Höhe her nicht so verarbeiten und qualitativ als Boxspieler nicht so verarbeiten, wie Dux das könnte. Ist Friedhelm Funkel taktisch begrenzt oder meinst du, da steckt irgendwas anderes hinter? Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, Friedhelm Funkel ist taktisch begrenzt, das hat aber jetzt nichts mit der Aussage zu. Hast du gehört, der hat gesagt, du bist begrenzt? Ja, aber das ist, ich bin, obwohl er mit Fortuna aufgestiegen ist, obwohl er jetzt in der Hinrunde 18 Punkte geholt haben, bin ich trotzdem der Meinung, Funkel ist zwar ein guter Trainer, aber er hat, was Taktik oder so angeht, nicht unbedingt die Ansichten, die ich habe, sagen wir mal so, um es diplomatisch zu formulieren. Ja, aber bei Marvin Dux ist, wenn er gespielt hat, dann hat sich immer das Gefühl, er war ein kompletter Fremdkörper, das war dann irgendwie, dann kam der Pass in die Spitze, da hat sich Dux in den Rückraum bewegt, wenn Dux sich in die Spitze bewegt hat, kam der Pass in den Rückraum und das gab es halt, als Dux dann gespielt hat, häufiger mal und irgendwie... Er ist halt ein Inboxplay, der muss halt in der Box sein oder sich so ein bisschen vor der Box bewegen, um dann den steilen Gang zu gehen praktisch zum Elfmeterpunkt und dann abzuschließen. Aber das war bei Fortuna in der Hinrunde nicht, also in dem ersten Teil der Hinrunde nicht möglich. Jetzt im zweiten Teil der Hinrunde hat der Henning, weil der Hennings oft überfordert, dass er dann in die Box musste, weil der Hennings vom Gefühl her lieber ein Outbox-Stürmer ist, der sieht lieber außerhalb der Box auffällt, weil in der Box geht er mit seiner Größe unter. Ich glaube aber auch, Dux wird in der Rückrunde nochmal aufdrehen und der wird vielleicht keine 10 Tore machen, aber ich würde sagen, er wird auf jeden Fall 5, 6 Tore noch hinkriegen. Also ich habe einerseits das Gefühl und andererseits auch die Hoffnung, dass Dux jetzt im Wintertrainingslager nochmal mehr zur Mannschaft findet, dann vielleicht auch seine Gucci-Schlappen ablegt und dann, ja, es ist so, wenn ihr die Facebook-Zeit kennt, Fußballer, die den Swag aufdrehen, da war der schon häufiger zu Gast als... Der wohnt doch jetzt in Düsseldorf, Micha. Ja, dann ist ja klar, dass er dann den Style und das Geld hat, aber auf jeden Fall, ich glaube trotzdem, dass er in der Rückrunde eine größere Rolle spielen wird und dann auch ein paar Tore schießen wird und dann in der zweiten Saison dann erst recht aufdrehen wird. Weil ich glaube, der kommt halt noch nicht damit klar, dass bei Kiel war er halt der Starspieler und bei Fortuna ist er halt einer von vielen, sage ich mal. Und ich habe etwas Pech, dass Dungli Lokebakio einfach zwischendurch so geil war oder so geil ist, dass Funkel sagt, er muss ins Sturmzentrum, weil dort kann der halt beim Konter, bei einem Umschaltbewegungsspiel mehr ausrichten als Mavi Lux. Das ist halt dann vielleicht auch ein bisschen Pech von ihm gewesen. Ein bisschen Pech hatten wir mit Michael Rensing und den Torhütern dieses Jahr und zwei Verletzte mit Tim Wiesner und Rafa Wolf. Ja, jetzt ist Michael Rensing nicht immer der stabile Rückhalt gewesen, den wir gebraucht hätten. Beste Szene ist natürlich gegen Mainz gewesen, aber da hat er zwischendurch auch mal so ein paar Dinger gehabt, wo ich mir dachte so, hat er jetzt Angst um seine Rippen vom letzten Jahr? Weshalb habe ich jetzt hier nicht versucht, mal die Parade auszupacken? Oder hat er einfach die Qualität irgendwie in den letzten Jahren verloren? Micha, muss Fortuna im Winter einen neuen Keeper kaufen oder kommen die alten Bären stark zurück? Oder meinst du, Michael Rensing kann sich nochmal berappeln? Na, ich glaube, Rensing wird genauso weiterspielen wie jetzt in der Hinrunde. Ich glaube auch, dass Funkel an ihm festhalten wird, obwohl ich der Meinung bin, man sollte Rafa Wolf zur Rückrunde aufstellen. Wenn er denn wieder fit ist, seine Probleme beseitigt hat, dann bin ich auch dafür. Ja, er trainiert auf jeden Fall wieder. Also, ich hätte kein Problem damit, wenn man Rensing rausnimmt und Wolf spielen lässt. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn man Rensing rausnimmt und Wiesner spielen lässt. Ich hatte ja gegen Hannover, als der Rensing sich verletzte, weil dem irgendwer aufs Knie stieg, habe ich ja für den Moment irgendwie komplett falsch. Auf der einen Seite habe ich natürlich gesagt, oh, verdammt, ist der Verletzer, auf der irgendwie hätte das so sein müssen. Aber ich habe eher gedacht so, geil, es kommt gleich der Tyson. Das ist irgendwie komplett falsch. Aber irgendwie war das mein Gefühl in dem Moment. Mein Ding mit dem Rensing ist ja, ich weiß nicht, das ist so dieses, das Gleiche, was ich irgendwie mit dem Funkel habe. So, die machen irgendwie nichts Falsches, so, aber der Funkel macht dann auch ein paar Sachen ordentlich, aber irgendwie so dieses Gefühl, wo ich mir denke, ja, ich weiß nicht. Ja, die letzte Flesse. Irgendwie fühle ich mich da, ja, genau. Beim Rensing ist halt so, so alles, was man zu 80 Prozent halten muss, hält der, aber mehr halt auch nicht. Und Funkel kann vielleicht die Mannschaft gut motivieren, gut einstellen, hat auch im Vorhinein eine gute Taktik, aber beim Funkel fehlt mir halt so dieses In-Game-Coaching. Wenn er dann merkt so, ach, der Gegner hat jetzt umgestellt, dann habe ich halt manchmal das Gefühl, dass mir diese Saison tatsächlich ein paar Mal Thomas Kleine aufgefallen, der sich dann während des Spiels so den Funkel in den Arm nimmt und dem dann halt, ich will nicht sagen, erklärt, dass er das System oder die Grundausrichtung umändern muss, aber die dann mehr oder weniger zusammen dann sagen, dass der Kleine dann sagt, so komm, wir müssen jetzt was ändern in unserer taktischen Formation, in unserer Anordnung, in unserer Umschleppbewegung und der dann praktisch an die Außenlinie geht und dann sich den Kapitän zur Seite zieht oder ein Spiel als Seite zieht, der wichtig ist fürs Team und dem erklärt, wie sie jetzt umstellen. Das kommt nie vom Funkel selbst, so habe ich das Gefühl. Der geht nicht zu Thomas Kleine und sagt, so was hältst du jetzt davon, hier mal eben die Taktik zu ändern, sondern Thomas Kleine kommt zu ihm und sagt, was hältst du davon, wir müssen jetzt was ändern, ansonsten, weil der Gegner hat umgestellt, jetzt müssen wir reagieren. So, das ist so meine Wahrnehmung im Stadion und außerhalb. Nach den letzten drei Bundesligaspielen, wo Fortuna dreimal gewonnen hat, wo dann auf Facebook wieder heißt, wo sind jetzt die ganzen Funkelkritiker hin, bla, wo ich mir denke, wir sind hier im Mega-Flo-Formation-Podcast. Ja, wo ich mir denke, ja, aber trotzdem war es eine Mannschaftsleistung, die zu den Siegen geführt hat und nicht das Funkel dann auf einmal die Dreierkette ausgepackt hat oder weiß ich nicht, irgendeine taktische Finesse rausgeholt hat, sondern einfach... Ist natürlich dieses Athletiker, was der Athletiker so viele Spiele mal geil gemacht hat, alle Mann zur Grundlinie und dann beim Anschluss gibt ihm nach vorne. So, sowas war es halt nicht. Pumke ist auch kein schlichter Trainer und ich bin froh, dass wir ihn haben, weil ich nicht glaube, dass ein anderer Trainer uns momentan soweit gebracht hätte, wenn wir in ein paar Jahren vielleicht den Kader was aufbessern können, brauchen wir vielleicht einen Trainer wie einen Sebastian Wolf oder Jens Keller oder Tedesco, obwohl Jens Keller der ist schon wieder getaktet, ein bisschen variabler vielleicht, aber von der Art ist der wie Friedhelm Funkel, der alte Kölner. Sprechen wir nicht über Kölner, der ist nämlich Trainer bei Nürnberg, sondern sprechen wir über... Ich bin hier für die Witze zuständig. Ich weiß, ich bin der seriöse Moderator. Das habe ich auch irgendwie über das Bundesliga-Jahr komplett verloren. Ich weiß noch, in das Zweitliga-Jahr war ich immer so seriös und mittlerweile bin ich irgendwie zurückgelehnt und labere einfach los. Ja, ja, hier Leanback und so. Generation Leanback. Yes. C.C. Senior. Aber wenn du schon C.C. Senior sprichst, ist die USA nicht weit. That's racist. Wir haben ja Alfredo Morales und der hat zu Beginn der Ehrunde gut gespielt, geile Spiele gemacht, war ein guter Pendelspieler, hat viele Bälle im Mittelfeld abgefangen, hat das eine oder andere Offensive-Duell gut entschieden. Aber trotz Formhoch kam irgendwie der Cut. Jetzt ist natürlich die Frage, kann er sich im Training nicht mehr durchsetzen, hat er einen Formtief oder ist es eher, dass es jetzt im Januar, wenn demnächst der MLS-Super-Draft kommt oder hinter uns ist, dass er dann weg ist, weg war. Eigentlich fand ich Morales Anfang der Saison ganz gut, aber irgendwann war es halt so, dass ich mir dachte, irgendwie kommt da nicht mehr viel. Das ist so und als dann irgendwann Bozek sich gefangen hat, der ja am Anfang der Saison eigentlich eher nicht mal schlechte Leistungen, sondern einfach teilweise Pech hatte und Bozek hat sich dann irgendwann gefangen und dann war Bozek halt vor Morales und dann kam Morales nicht mehr an Bozek vorbei. Es gibt halt das Gerücht, dass Morales über einen kleinen Umweg zu New York City FC wechselt. Manchester City überweist angeblich dann im Januar die 1,2 Millionen an Fortuna Rüsseldorf und verleiht ihn dann für zwei Jahre nach New York, um dementsprechend deren auferlegte Salary Cap zu umgehen. So, jetzt haben wir die mehr oder weniger die Flops, wenn man so will, abgearbeitet und wir haben, ich habe das nicht für Überraschung im Script genannt, aber ich würde einfach gerne mal die Liste so durchgehen. So, Bodka, der entwickelte sich vor allem, meiner Meinung nach, in der Phase, wo Fink ausfiel, extrem zum Leader, aber spielerisch war er nicht herausstechend aus der Mannschaft. Habe ich da recht? Ja, ich finde, So, Bodka ist halt so ein Abräumer. Ja, ich weiß noch, dass ich in der Saisonvorschau in dem Podcast erzählt habe, dass So, Bodka auf und jetzt, wo Fink verletzt war, hat er die Rolle von Fink übernommen, war sogar Kapitän, weil ich eigentlich vorausgesagt hatte, dass So, Bodka die nächsten Jahre oder in den nächsten Jahren Kapitän sein wird. Auch wenn er dann irgendwie nur dritter oder vierter Kapitän ist, war er dann Kapitän. Ich sage mal so, für mich war es eigentlich keine Überraschung, weil ich genau das von ihm erwartet habe. Ich finde, So, Bodka ist auf jeden Fall ein überragender Spieler und einer der besten oder einer der wichtigsten Spieler bei Fortuna im Kader. Was war lieber Fink erwähnt? Still the man. Ja, Fink, ich habe ja schon, das sage ich auch, glaube ich, jedes Mal, wenn wir über Fink reden, damals, als er sich den Kreuzbandriss geholt hat mit 31, wo ich schon gedacht so, ah, das wird schwer jetzt für ihn zurückzukommen und jetzt hat er sich auch wieder irgendwas gerissen und kommt jetzt wieder zurück. Der ist, wie soll ich sagen, wie so ein alter VW, er läuft und läuft und läuft. Ja, nach Pizarro, der zweitälteste Spieler in der Bundesliga gegen Hannover, ein Tor geschossen mal wieder, wo ich die Statistik auch lustig finde, wo man sagt, ja, Fink hat das letzte Mal in der Bundesliga 2013 getroffen, wo ich mir denke, ja, der hat auch 2013 das letzte Mal in der Bundesliga gespielt, so, wo ich mir denke, so, ja, was ist das für eine Statistik, so, weißt du, so, seit 2013 hat er nicht mehr getroffen, ja, der hat aber vielleicht seit 2013 vier, fünf Spiele gemacht, so. Ich glaube, keine Statistik, die du dich selbst gefälscht hast. Ja, das ist so. Aber ein Spieler, der auch seinen zweiten Frühling so ein bisschen erlebt ist hat, an Bozek, zwar wirkt er oft langsam und 90 Minuten reicht auch nicht, weil der pumpt wie ein Maikäfer nach 50 Minuten, aber seine defensive Spielefähigkeit hat ihn irgendwie in einer gewissen Phase, so die jetzt vorbei ist, weil Hintenrunde ist vorbei, zu einem unserer wichtigsten Spieler gemacht. Ja, das sehe ich genauso. Ich weiß noch, es gab Zeiten, wo wir beide gesagt haben, boah, Bozek, der muss auf jeden Fall raus, was wollen wir mit dem? Wo ich noch eher gesagt habe, er hat halt Pech und wo ich gesagt habe, wenn man halt Pech hat oder wenn man Scheiße am Schuh hat, dann muss man halt auch manchmal raus, obwohl er da nicht viel für kann. Aber mittlerweile hat er sich gefangen und ist auch... Der packt halt geile Grätschen aus, cleveren kleine Fouls, wo er dann sieht, okay, jetzt sind wir defensiv in der Unterzahl oder sind unsortiert. Jetzt muss ich dann ein kleines Foul auspacken, eine kleine Näglichkeit auspacken und dann pfeift der Schiedsrichter faul und dann haben wir kurz einen Moment mehr Zeit, um sich wieder zu ordnen, defensiv tief zu stellen. Also das macht er schon sehr, sehr gut. Was mir gerade auffällt ist, Fink und Bozek sind ja schon über 30 und die neue Generation von Fink und Bozek bei Fortuna sind Sobotka und Zimmermann. Fink könnte der Mentor von Sobotka sein und Bozek der Mentor von Zimmermann und das könnte dann irgendwie so eine gute Ablösung sein, weil die irgendwie so einen gleichen Spielstil haben, in noch mal qualitativ vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht sind es bei uns einfach nur gewisse Persönlichkeiten, die halt gut funktionieren, mit dem Umfeld, mit dem Trainer, mit der Art wie Fortuna halt einfach tickt. Ein Spieler, der mich so ein bisschen überrascht hat, ist Robin Baumuth. Er kann Bundesliga. Punkt. Okay, du kannst doch sagen, er hat Defizite in der Beweglichkeit, im Tempo. Aber Kopfballspiel und Körperlichkeit ist auf jeden Fall geil. Ich habe ja schon mal, glaube ich, gesagt, er muss auf jeden Fall Gewicht verlieren für die Bundesliga. Das war sogar in unserer Hinrunden-Vorschau. Aber du gehst mit, er kann Bundesliga und er sollte jetzt gesetzt sein. Ich bin ein richtiger Bormuth-Fan und finde auch überragend, wie das spielt. Der hat natürlich seine Defizite, wenn er gegen schnelle, bewegliche Spieler spielen muss. Dann hat er oft das Nachsehen oder wenn die halt dribbelstark sind. Aber wenn es halt um Körperkraft geht oder um hohe Bälle, dann ist Baumuth auf jeden Fall der Fels in der Brandung, würde ich sagen. Ja, ich sage mal so, Marcin Kaminski hat halt die gleichen Qualitäten wie Baumuth, nur halt noch mal eine Stufe besser. Der ist halt im Passspiel ein bisschen was stärker. Ja, und er ist, glaube ich, auch ein bisschen, sage ich mal, beweglicher zu Fuß und ein bisschen flinker auf den Beinen. Ja, deswegen, normalerweise würde ich sagen, Baumuth auf jeden Fall spielen lassen. Aber Kaminski ist für mich noch mal eine Prise besser. Und ja, wenn Hoffmann noch mal zurückkommt, weiß ich gar nicht, ob dann... Wir haben halt meiner Meinung nach mit Eihahn, Hoffmann, Baumuth und Kaminski eigentlich vier krasse Innenverteidiger. Weshalb wir am Anfang der Saison tatsächlich dachten, wenn Kaminski kommt, dann spielt er mit einer Dreierkette. Das hat er auch getan, bis er halt... oder Fünferkette gespielt. Entschuldige. Dann kam halt das klassische Fifi einfach wieder. So, jetzt haben wir noch Eihahn. Einfach auch, wenn er gespielt hat, war er einfach geil. Hoffmann war halt leider... Ja, war halt leider einiges verletzt. Und die Leistungen, wenn er fit war, waren dann auch nicht schlechter als die von Baumuth. Er ist halt ein Tick beweglicher, weshalb ihm funkelt dann wahrscheinlich das Gauga ab. So ein bisschen kritisieren kann ich dann auf jeden Fall noch Hennings. Der hält irgendwie seine Form vom letzten Jahr, aber dieses Jahr ist halt mit der gleichen Form weniger drin. Natürlich hat Hennings es schwieriger mit den stärkeren Gegnern in der Bundesliga. Ja, wen ich auf jeden Fall noch lobend erwähnen möchte, ist Nico Gießelmann. Der läuft für mich so ein bisschen unterm Radar, aber das ist auf jeden Fall auch einer der Säulen in der Mannschaft und ich glaube, selbst wenn Contento fit wäre, wird Contento an Gießelmann in der Form nicht vorbeikommen. Der Gießelmann ist halt Dauerläufer, der hat die Saison zum größten Teil geile Spiele abgerissen und ich hoffe, dass die ganze Mannschaft, die eigentlich, die die gespielt haben, immer sehr geil waren, es halt in die Rückrunde retten können oder einfach vielleicht den nächsten Sprung, nächste Stufe erreicht oder gemacht haben, weil jetzt natürlich ein Einbruch kommt in Zweitliga-Qualität, ist natürlich generell vorbei für uns. Da bleibt es am Ende bei 18 Punkten. Aber wenn es so bleibt wie jetzt, dann können wir uns mit, glaube ich, 36, 37 Punkten freuen, dass wir da nicht abgestiegen sind. Irgendwie noch ein Spiel, den wir vergessen haben? Nee, ich glaube nicht. Falls wir den Spieler vergessen haben, haut es in die Kommis, haut es uns auf unsere E-Mail, Projektmege von podcast.glo.com, haut es in unsere Mega95-Facebook-Gruppe, schreibt uns das auf dem Twitter und überall in den Links, die ihr unten in der Beschreibung, Shownotes, whatsoever findet. So, jetzt stellt sich natürlich eine essentielle Frage, wir sind halt immerhin noch Abstiegskandidat Nummer 1, brauchen wir im Winter neues Blut oder reicht es, wenn halt die Verletzten oder nicht ganz so frischen Spieler zurückkommen? Ich glaube eigentlich, dass es reicht, wenn die Spieler wieder zurückkommen und ich sage mal so, wenn dann Duxch nochmal eine Leistungssteigerung hinkriegt und Hoffmann zurückkommt, dann denke ich eigentlich, dass man von der Geschlossenheit, sage ich mal, und von der kämpferischen Einstellung, dass man das auf jeden Fall schaffen kann, in der Liga zu bleiben. Wir haben ja ein paar Gerüchte, die gibt es tatsächlich, immer Knutzen, Links- und Rechtsverteidiger aus Dänemark, an denen man interessiert ist, dann gibt es nur noch Hyunia Ito von Kawashiva Raisol als linker Flügelspieler oder halt auch Kingsley Chandler als rechtler Flügelspieler von Kiel, an denen man angeblich interessiert ist. Denkst du, da ist irgendwo an diesen Gerüchten ein Tick wahres dran, zwischendurch, ich habe so etwas Gerüchte, dass man an Hiroshi Kiyotake interessiert ist, weil das im Vertrag trifft ja jetzt im Winter aus in Japan. Denkst du, da wird irgendwas kommen oder meinst du, da bleibt man eher unter sich? Bei den Namen, die du jetzt vorgelesen hast, denke ich mal. Das sind jetzt auch keine, wo ich mir denke, boah, das sind auf jeden Fall Spieler, die uns sofort weiterhelfen, sondern das sind dann Spieler halt für die Breite im Kader. Ich sage mal so, da ist keiner, der mich jetzt so vor den Socken haut, dass ich mir denke, den müssen wir auf jeden Fall verpflichten. Aber ich glaube, so einen Spieler, wo ich mir denke, den müssen wir auf jeden Fall verpflichten, die wird Fortuna auch nicht holen, weil da einfach das Geld zu knapp ist. Ja, ich denke, vielleicht wird Fortuna noch irgendeinen gestandenen Bundesliga- oder irgendeinen Bundesliga-Talent, der irgendwie bei Schalke, Dortmund oder so auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne sitzt, noch ausleihen, vielleicht um ein bisschen Qualität zu holen. Aber ja, wie hier Schindler oder Ito, dass man dann irgendwie die zweite Liga nochmal plündert. So, da ist jetzt nichts bei, wo ich mir denke, die werden, würden Fortuna auf jeden Fall weiterhelfen, sondern eher, dass das in die Breite geht. In die Breite gehen wir auch. Wir sind glücklich, dass Weihnachten selbst vorbei ist und wir jetzt das Jahr 2019 geil starten können. Hoffen wir das Beste für die Fortuna. Uns geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Und natürlich ist uns eure Meinung auch ziemlich wichtig. Wie gesagt, Meinung zu den Themen oder Feedback gerne in unserer Mega95-Gruppe. Gerne auf YouTube in die Kommentare oder im Programm von podcast.gmail.com. Diese und weitere Links findet ihr natürlich bei uns in der Beschreibung. 5 Stunden auf iTunes, wie gesagt, dann helft ihr uns super, super, duper weiter, ein bisschen mehr Reichweite zu erreichen und vielleicht den ein oder anderen verloren gegangenen Fortuna-Fan wieder zu begeistern. So, jetzt sind wir eigentlich am Ende, denn ich bin der Mo, der Wappendribbler auf Twitter, der Michael Setschewinski 8 auf Twitter und wenn der Michael keine letzten Worte hat. Ich würde nur sagen, gut Kick in die Runde. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.